Alicante Alicante ist eine Stadt an der Costa Blanca. Hintergrund Alicante ist Hauptstadt der Provinz Alicante und gehört zum Land Valencia. Es ist Hafenstadt und wurde wahrscheinlich vor etwa 2900 Jahren von den Phöniziern gegründet. In der valencianischen Sprache heißt die Stadt Alicante. Während der Diktatur von General Franco waren die katalanischen Sprachen und somit auch das Valencianische verboten. Mit dem Flugzeug der liegt 9 Kilometer südwestlich vom Zentrum entfernt. Die durchschnittliche Fahrtzeit auf der Straße ab Alicante Stadtmitte beträgt etwa 15 Minuten bzw. 30 Minuten in den Hauptverkehrszeiten. Der Taxistand ist vor der Ankunftsheile des Flughafens. Ungefahre Fahrtkosten vom Flughafen bis zur Stadtmitte, Tagestarif 16 Euro, Nacht- und Feiertagstarif 18 Euro. Weitere Informationen unter plus 34, 965, 252511, www.radiotaxierche.com in Deutsch. Linienbusflughafen, Alicante. Linie C6, Haltestellen vor der Ankunfts- und Abflugsheile des Flughafens von 6.30 Uhr bis 23.10 Uhr alle 20 Minuten. Fahrtkosten 3,85 Euro. Die Busse der Linie C6 verfügen über kostenfreies Wi-Fi. Mit der Bahn Alicante liegt an der ältesten Eisenbahnverbindung Spaniens. Der der Renfe befindet sich in der Avenida Salamanca SN. Während Schnellzügen nach Valencia und Barcelona noch auf klassischer Breitspur unterwegs sind, Fahrtzeit knapp 2 bzw. 5 Stunden, besteht nach Madrid eine normalspurige Hochgeschwindigkeitsstrecke mit einer Reisedauer von gut 2 Stunden, non-stop. In Richtung Süden nach Murcia befindet sich eine weitere Schnellstrecke im Bau, geplant ist eine durchgehende Verbindung bis Almeria. Mit dem Busseform, Estación Central de Autobuses, gehen Busse zu vielen spanischen Städten und weiteren Zielen in Europa. Die Firma Alza bietet viele Fernlinien an. Auf der Straße Alicante liegt an der Autobahn A7, den Nationalstraßen N332 und N340, sowie der N330 nach Madrid. Mit dem Schiff Fährverbindung mit Nordafrika nach Oran und Algier, Algerien, Betreiberunternehmen, Compañía Romoy, Agencia de Algeria Ferry en España, Mveje de Poniente, Estación Maritima, SN, 03002 Alicante. Mobilität die Busgesellschaft Vectalia betreibt einige innerstädtische Linien und ein paar Linien in das Umland. Unter der Bezeichnung Tram werden verschiedene schienengebundene Nahverkehrslinien zusammengefasst. Bei den Linien 2, 3 und 4 handelt es sich um moderne Straßenbahnen, bei der Linie 1 um einen Tram-Tran, also eine Mischform zwischen Straßen und Eisenbahn, vergleichbar mit dem Karlsruher Modell. Letztere verbindet Alicante mit dem Badeort Benidorm. Im Innenstadtbereich fahren alle vier Linien auf einer gemeinsamen unterirdischen Strecke, wie man es von der U-Bahn im Ruhrgebiet und Düsseldorf kennt. Busse und Tram haben ein gemeinsames Tarifsystem, TAM. Weiter Verbindungen in das Umland stellen die Vorortbahnen Zercanias her. Linie C1 fährt Richtung Elche und Mursia, Linie C3 Richtung Universität und San Vicente. Sprachen neben der Amtssprache Spanisch sprechen und schreiben etwa ein Drittel der Einwohner Valenquinisch, einen Dialekt des katalanischen. Historische Gebäude Museen Parks Sonstiges Promenade Die Esplanade erstreckt sich über ca. 700 Meter zwischen Altstadt und Jachthafen. Sie ist belegt mit einem Mosaik aus rund 7 Millionen Marmorsteinen, die ein Wellenmuster bilden, sodass der Besucher den Eindruck erhält, über Wasser zu gehen. Eine Vielzahl von Palmen säumt die Passage und spendet Schatten. Am südlichen Ende befindet sich ein kleiner Park mit einer Anzahl sehenswerter, jahrhundertealter Gummibäume. Das alte Viertel Die Ufer der Insel Tabaka boten einst Piraten Zuflucht. Im 18. Jahrhundert wurde die Insel befestigt und auf ihr ein Dorf errichtet. Heute ist das historische Bauensemble zum nationalen Kulturgut und das Meer um die Insel zum Meeresschutzgebiet erklärt. Regelmäßige Veranstaltungen Am 17. Januar findet die Fiesta Porate de San Anton statt. Im Februar ist Karneval. Im März, Mauren und Christen in Vela Franquesa das Fest der Sant HFAZ ist nach Ostern, am 2. auf den Gründonnerstag folgenden Donnerstag. Vom 1. bis 3. Mai, Maikreuzer im Juni, Mauren und Christen in San Blas vom 20. bis 24. Juni, Ho Güras de San Juan vom 25. bis 29. Juni, mittelalterlicher Markt am 16. Juli, Firgendel Carmen im August, Fest der Mauren und Christen vom 3. bis 5. August, Firgendel Remedio im September ist das internationale Festival der zeitgenössischen Musik. Vom 5. bis 8. September, Firgendel Socorro, Stränder und Buchten der Strand Playa del Postigüte liegt unterhalb der Burg Santa Barbara, neben dem Hafen und der Promenade Xperiana de España, in der Nähe der Altstadt. Der Strand hat feinen Sand, Beachvolleyballnetze und mehrere öffentliche und private Parkplätze. Playa de San Juan mit feinkörnigem Sand ist der bekannteste Strand von Alicante. Er erstreckt sich über ein weiteres Gebiet von den Stränden El Campello's bis zur Landspitze Cabo de Las Vertas. An der Strandpromenade gibt es ein großes Angebot an Restaurants und Strandbars, zahlreiche öffentliche Parkplätze, Beachvolleyball, Fußball, Surfen. Versteckte Buchten des Calas de Cabo de Las Vertas, Felsen und Sand liegen zwischen den Stränden Playa de San Juan und Playa de la Albu Ferreta. Die Buchten werden als städtische FKK-Strände genutzt. Der kleine Strand Playa de la Almadraba mit seinen Felsen und dunklem Sand liegt zwischen der Playa de la Albu Ferreta und der Landzunge Cabo de Las Vertas. Der feinkörnige, goldene Sandstrand Playa de la Albu Ferreta liegt mitten in einer gleichnamigen Wohnsiedlung nordwestlich der Stadt zwischen der Bergkette Serra Grossa und dem Hügeltor Saldemann Isis. Der feinkörnige, goldene Sandstrand Playa de la Salada liegt fünf Kilometer von der Innenstadt entfernt am südlichen Stadtrand. Er erstreckt sich über mehr als anderthalb Kilometern und verfügt über Badeaufsicht, Strandpromenade, Geschäfte, Restaurants und ausgewiesene FKK-Bereiche. Der Strand der Insel Tabarca ist eine kleine Bucht mit zahlreichen Restaurants. Die Überfahrt zur Insel startet im Hafen von Alicante vor der Promenade X PLA de la España. Küche der Anisschnaps aus der Provinz Alicante wird mit den Aromen von Anis, Sternanis und anderen Substanzen hergestellt. Sein Alkoholgehalt liegt zwischen 40% und 55% und der Zuckergehalt etwa bei 5 Gramm pro Liter. Der trockene Anisschnaps wird als Trink mit Wasser gemischt. Ausflüge nach Novelda, ca. 30 Kilometer westlich. Sehenswert die Kirche Santa Maria Magdalena und das Jugendstilmuseum nach Benidorm und zum Freizeitpark Terra Metica nach Guadalice ca. 60 Kilometer, sehenswert die Altstadt und die Burg.